Habt ihr es schon gehört? Dieses Jahr findet zum vierten Mal ein Welternährungsgipfel der Vereinten Nationen statt. Im Herbst treffen sich dafür hochrangige, internationale Vertreterinnen rund um die Welt und diskutieren über die Zukunft unserer Ernährung. Aber wer entscheidet eigentlich darüber, was bei uns so auf dem Teller landet? Wer bestimmt die Spielregeln und ist das eigentlich in Ordnung so? Durch die hohe Konzentration im Agrar- und Lebensmittelsektor haben einzelne Konzerne viel Gestaltungsmacht. Durch ihre Lobbyarbeit erhalten die Konzerne immer mehr Einfluss auf unsere Ernährung. Dabei sollten wir alle an der Gestaltung teilhaben können, denn wir alle essen und trinken, jeden Tag. Manche von uns sind sogar direkt in der Erzeugung, Weiterverarbeitung oder dem Vertrieb von Lebensmitteln beschäftigt. Ernährungssysteme beschreiben also den Weg unserer Nahrung, vom Acker bis zu uns auf den Teller. Doch auch Saatgut gehört dazu, Landvergabe, Transportwege, soziale Fragen wie Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Ernährungsarmut. Außerdem die Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Denn bereits jetzt überschreiten wir mit unserem Verbrauch an natürlichen Ressourcen die Belastungsgrenzen unseres Planeten. Doch es tut sich was. Überall auf der Welt kämpfen Initiativen von Bürgerinnen für selbstbestimmte, gerechte und klimafreundliche Ernährung. Die Ansätze dabei sind vielfältig und geben Antworten auf verschiedene aktuelle Probleme. Hier ein paar Beispiele. Um den Bezug zur Landwirtschaft zurück in die Städte zu holen, haben sich rund 800 urbane Gemeinschaftsgärten in Deutschland gegründet. Sie schaffen einen Lern- und Verbindungsort für die städtische Bevölkerung. Da die Preise für Ackerland in den letzten Jahren so stark gestiegen sind, ist es schwer, einen neuen Hof zu gründen. Doch das wollen 31 Bodengenossenschaften ändern und ermöglichen ökologischen Betrieben die Neugründung durch einen Zugang zu bezahlbarem Land. Allein in Deutschland ist unsere Ernährung für ca. 16% der jährlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und weltweit trägt das Ernährungssystem sogar mehr als 30% dazu bei. Doch 20 Biostädte fördern klimafreundliche, regionale und gesunde Ernährung, die sie auch in ihren öffentlichen Einrichtungen anbieten. Die Liste der Beispiele ist also lang. Doch sie zeigen auch, dass diese Probleme strukturell in unserem Ernährungssystem verankert sind. Und bisher gibt es keine kohärente und förderliche Politik, um nachhaltige Ernährungssysteme zu fördern. Jetzt aber nochmal zurück zum Ernährungsgipfel. Soweit wir wissen, wird der Gipfel von Akteuren aus der Ernährungs- und Agrarindustrie dominiert. Es besteht also die Gefahr, dass unsere gesamtgesellschaftlichen Interessen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Und um das zu verhindern, brauchen wir euch. Wir wollen mit denjenigen ins Gespräch kommen, die unsere Ernährungssysteme schon jetzt aktiv mitgestalten. Und mit denen, die sonst viel zu selten zu Wort kommen. Ihr wollt mitreden? Dann meldet euch jetzt über unser Einladungsformular zu den Online-Events an.